Hier ist nochmal eine kleine Übersicht über unsere Salzgenerator. Sie sehen, da wird ja viel, viel, viel Salz reingepusht, damit die Kinder in spielerischer Art inhalieren. Sie atmen alle salzige Partikelchen. Salz wird antibakteriell entzündet und hemmend. Das verflüssigt Schleim, das werden sie sofort merken. Viele Eltern fragen, wann merken sie das? Ich sagte, sofort merken sie das, weil dadurch wird, also Schleim kommt raus und Kinder husten viel. Wie Sie sehen, wir haben hier Tücher dabei und sogar Mülltonnen, damit man alles so wegschmeißen kann. Genau, hier so Bücher, wie gesagt, Salzkasten, also der ganze Raum ist eigentlich so eine riesengroße Salzgasten. Keine Spiel mit, Spielzeuge mitbringen. Wir haben alle Spielzeuge der Welt, wir haben viele Bücher und hier kann man super spielen und auch Kinder können, also Eltern können hier auch sitzen und Speis dabei haben und quasi in spielerischer Art wird behandelt. Dann, genau, kommen sie einfach ausprobieren und sie werden schon die Ergebnisse sehen sofort. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.